Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Adventskalender. Heute ist der 16. Dezember und wir beginnen hier das nächste Haus zu bauen am Marktplatz. Ihr könnt hier jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, dass das wird. Ich löse es dann auf. So, mein Plan wieder. Ich baue mit Andel Seed und Fichtenholz Treppen erstmal hier eine Treppe rein. Oder wenn das drei Blöcke, dann ist hier der Boden, dann kann ich das doch auch einfach so machen. Zack, und so. So, Treppenhaus haben wir gleich. Das tausche ich auch noch schnell aus. So, dann kommt halt Next. Wie groß ist die Ding? Ich glaube, ich habe es zu klein gebaut, oder? Ich brauche eins, zwei, drei. Also das passt schon mal nicht. Ich muss das noch erweitern. Wegen Symmetrie. Das Treppenhaus nochmal verschieben. So, hier, dann, so. Dann brauche ich Frauen. Teppich. Du bist da. Du bist da. So. Dann einmal umranden. Baut Treppenhaus noch eins verschieben. Und Treppe. So. Wieder einmal Tag. Dann einmal den Boden austauschen. So. Erstmal den ganzen Boden raus. Wäre auch vielleicht sinnvoll gewesen eigentlich vorher zu machen. Aber ich wusste noch nicht wie groß das drin wird. Auch wenn ich mir immer schon Pläne zeichne. So. Das mache ich jetzt einfach mit einem Befehl. Slash Fill. Von hier. Bis hier. Mit Spruce Planks. So. Und dann. Einmal überall zu. So. Und dann einmal noch. Slash Fill. Und hier. Bis. Hier. Wieder mit Spruce Planks. So. Hier hinten mache ich noch zu. auch. Hier. Oder. Oh. Dann brauche ich dieses Glas. Morgen geht es weiter mit dem oberen Teil, dem oberen Stockwerk. Es wird eine Schule, sollte man vielleicht schon erkannt haben oder auch nicht. Danke fürs Zuschauen, bis morgen.